ok was jetzt pause also tanzt sonst revolution sorgt weiter dafür dass wir fans verlieren das ist nicht schön kein tanzspiel wo wir können es immer wieder von den publishers inspirieren lassen sich deswegen was davon annehmen vielleicht haben wir irgendwelche interessanten kombinationen live action ok any topic action hacking action any topic casual irgendwie kommt es mir vor als wenn die was wüssten was wir nicht wüssten so viel action wir drin ist wir sollten definitiv ein action spiel machen spiel medium topic was für eine action superhelden action hatten wir schon mal aliens action horror action kein anderes ding ist da für erwachsene und es heißt du 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 passt nicht wenn jemand etwas gerade das für eine anspielung war wie den keks so plattform pc also nicht du das ist klar das spiel kennt jeder aber sich rausgemacht hat so 2000 engine next so ich hoffe mal keiner von euch er zeigt jetzt irgendwelche müdigkeit erscheinung also action spiel engine ganz hoch ist okay muss da nicht noch höher dass 100 prozent bekommt immer safe to cloud raus dann hat er immer noch hat er wieder 100 prozent gameplay ist okay wir brauchen aber kein gamepad ne können wir auch nicht okay story advanced cutscene ist okay johnson die wird mir schon ausgepowert sein können wir das jetzt ein bisschen runter machen okay alles auf 100 prozent also 100 prozent weiter ah fill position ich überlege gerade ob wir nicht irgendeinen newbie noch neu einstellen damit er noch ein paar punkte mit dazu ploppt wirklich teuer dürfte er nicht sein im vergleich zu den beiden anderen aber gut level design und ai müsste glaube ich noch höher machen wir mal und dann ist er wieder ausgepowert unser armer techniker so okay hype baut sich auf aber sehr langsam ich glaube ich schalte da mal ein ding ins so wenn es ein bisschen halb zusammen kommt das ist echt komisch vorhin hatten wir dass das hype auf 20 quasi automatisch kommt durch unsere fans und nach diesem tanz spiel ist jetzt alles vollkommen vermurgst aber gut die dream war es das bald nicht mehr auf dem markt mhm ähm du bist jonachin ist ausgelastet so grafik wir brauchen eigentlich mehr grafik sonst wird die neue engine nicht wirklich ausgelastet so ja nicht schön aber muss halt wahrscheinlich echt einen dritten mann das wird ein bisschen wieder so teuer mhm aber es bringt doch nichts wenn wir jetzt nichts investieren und dann keine ordentlichen spiele produzieren obwohl das punktmäßig echt gut aussieht tanz tanz revolution hat eine million gebracht und hat 600.000 was kosten verursacht warte mal game history ja kosten 1,3 millionen einkommen 1,1 millionen und ich weiß nicht ob bei den kosten die monatlichen kosten mit drin stecken das wäre auch noch mal interessant zu erfahren keine fans 6000 fans naja so Bugs weg mhm plupp plupp Dream Wars wird nicht länger unterstützt so komm Bugs weg und fertig kein Rekord ist ok neue Kombo großartige Kombo Management bestimmt keine Punkte weil die zwei so ausgepowert waren müssen wir gleich mal drauf achten ob die in Urlaub müssen oder nicht so 3D grafik ist ok so release nö keiner muss in Urlaub wir haben 13 millionen wir haben tierisch viele fans also im Vergleich zu dem was wir im anderen Spielstand hatten mhm 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 ich hatte recht damit jetzt einen dritten einzustellen aber wir müssen hier mehr Punkte zusammen bekommen sonst wird das einfach nichts der einzige Haken den ich sehe ist dass ich nicht weiß ob wenn er nicht zugeteilt wird ob er noch nichts macht weil dann bringt er definitiv gar nichts also ihr wisst schon wenn ich jetzt ein neues Spiel kreiere kann ich jetzt sagen wer wo dran arbeiten soll und dann fangen die an ihre Punkte zu blocken wenn wir bei ihnen nicht zuteilen arbeitet er dann überall so ein bisschen mit und generiert trotzdem Punkte oder sitzt er einfach nur rum das wäre eine absolute Geldverschwendung ähm na gut äh du forsch mal und zwar äh wir haben über 80 dynamische Umgebung warum kostet keine Ladescreens 100 Forschungspunkte und 400.000 Credits äh realistisches Wetter das könnte für einen Hunting Simulator ganz gut sein und wir haben ja schon einen Hunting Simulator der gut ankam also ich glaube das nehme ich mal so du trainierst Technik Dinge was zur Hölle ist das? Practice, practice, practice ach so das sind die G3 äh Dinger wo wir mit anderen Leuten konkurrieren können ja gut aber wir haben keine Research Punkte mehr dafür du mach weiter dein Code incomplete und du hast keine Forschungspunkte über das ist nicht schön so Doom 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 komm schon das wird schon wieder ein Flop also das mit dem Action was die Publisher alle vorgeschlagen haben scheint wohl doch nicht so toll gewesen zu sein bald gibt es kein Gameboy mehr aber wir kriegen wenigstens ein paar Fans dazu wenn noch nicht besonders viele so du bist mit forschen gleich fertig du mit dem Training noch lange nicht dann sollte man aber eben ein kleines Spiel produzieren ja dann Young Fantasy Casual Action Giana Monks Game Engine muss gleich mal die teure sein nehmen wir mal eine etwas ältere Plattform hm ich 350.000 aber DGS bleibt eine Weile auf dem Markt er ist immer noch auf dem Markt aber ich weiß nicht ob es davon schon ein Update gibt also in real life jetzt ich weiß es gab so eine Kamera Version aber die war nicht wirklich viel besser äh äh Development Kosten sind immer gleich 50.000 ne komm PC also Fantasy Action Casual für junge Leute und es ist nur ein kleines Spiel kostet also dementsprechend wenig ah ok und das wird auch runterskaliert mhm so dann arbeitest du da jetzt mal dran rum äh äh ok Action brauche auch Gameplay Engine wenig Story Linear Story Gamepad ist ok so ploppt mal ganz schön vielleicht weil das jetzt ja ein kleineres Spiel ist kriegen wir da jetzt neue Wertungen irgendwie weil wir haben ja fast nur Medium Spiele herausgegeben und bei den Small Games gibt es vielleicht nicht so einen großen Markt nochmal gucken äh AI hoch, Dialoge können runter bleiben äh Level-Liter brauchen wir nicht Bessere AI ist ok, AI Companions ok, Dialoge nö so und er arbeitet jetzt auch mit so also das Spiel wird jetzt nicht sehr viel einbringen aber mal gucken ob es sich wenigstens hält von den Kosten her den könnten wir so wenigstens ein bisschen Forschungspunkte generieren also Stereo Sound reicht reichhaltige Hintergrundgeschichte brauchen wir nicht äh ja ok plop 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 wesentlich weniger Bugs oder? alles andere waren ja immer 20, 24 rum und wieder so ein zwielichtiges Ding wir könnten sie sabotieren äh es läuft nicht besonders gut bei uns wollen wir es mal probieren aber was bringt uns das? na komm wir probiert es aber mal Sabotage 290.000 naja ok na mal schauen das könnte bestimmt gut in die Hose gehen so er muss gleich in Urlaub aber bringen wir das Spiel noch zu Ende äh finish im Vergleich zu den anderen Sachen natürlich absolute Grütze aber es gibt ein bisschen Erfahrungspunkte ein bisschen Research Punkte und vielleicht eine andere Fanbase die dann mit hier zu kommt entweder das oder das wird jetzt gleich ein 3er Spiel und wir verlieren zigtausend Fans eins von beiden so du Urlaub du trainieren G3 oh die können zusammen vielleicht dran arbeiten probiere ich mal Code Jam und Giana Monk sind da ja jo meh also es ist nicht so dass Small Games und Medium Games irgendwie verschiedene Wertungsarten haben also ja ein solides 4er Spiel mit 2 ach du scheiße ok gucken wir mal also Doom Doom ist gleich fertig Giana Monks minus 2000 oh Gott ok also wir haben dazu gelernt wir sollten keine Spiele produzieren wobei wir nicht wissen dass sie auch wirklich einigermaßen gut werden also keine Small Games zwischendurch machen wenn nur zwei Leute aktiv sind oder einer das macht tierischen Schaden ok und NGE Software wurde sabotiert die Polizei ermittelt nicht schön so du bist wieder da ihr seid gleich fertig was noch wir verlieren so viele Fans das ist nicht gut ok wir brauchen ein ordentliches Spiel und zwar so Medium wieder Topic Musik ist neu City haben wir schon City Simulator Simulation und Strategie Strategie Game 38 nein nicht Game 38 komm Spielenname für Stadt Simulation und Strategie Sim City Wars wegen Strategie und so ruhig für jedermann Plattform ist das PC der PC und die neue Engine weiter 3D Grafik ist ok und jetzt plopp was das Zeug hält wir müssen endlich wieder auf den grünen Zweig kommen ok warum müssen wir jetzt den Stuff neu verteilen aber gut du bist für die Engine zuständig du bist für die Story weil das auf jeden Fall eher Design und du bist gut in beidem also kannst du da hin wir hätten gerne Advanced Cuts wir hätten gerne wir hätten gerne wir hätten gerne Online wir hätten gerne Mod Support Multiplayer mehr können wir uns einfach von dem von was her nicht leisten von dem Stand des Reglers oder hängt das davon ab wie gut derjenige ist der darauf zugeteilt wurde jetzt haben wir bei der Engine haben wir Jonathan Lee das ist unser Techniker mit 484 wenn er jetzt meinetwegen 584 hätte könnte er dann mehr reinhauen bevor das hier 100% wird könnte Sinn machen oder man kann einfach nicht alles davon aktivieren irgendwann hm 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 Vielen Dank.